Als der Jade-Palast sicher und die Schwarzhuf-Keiler-Bande besiegt war, fühlte sich der Drachenkrieger, jetzt hab ich's gesagt, ziemlich gut. Vielleicht würde Meister Shifu jetzt erkennen, wie unglaublich er war. Nein, Meister Shifu war absolut unbeeindruckt. Er hatte andere Sachen im Kopf, wie die kaiserliche goldene Kroko-Bande. Aber Meister Shifu wusste noch nicht, dass die Krokos aus einem bestimmten Grund beim Lotussee eingefallen waren. Sie kannten nämlich die Legende von Tai Lung. Und jetzt, wo er frei war, wurde es Zeit, sich gut mit ihm zu stellen. Und so begaben der Drachenkrieger und Meister Crane sich in absolut wahnsinnige Gefahr und auf den Weg zum Lotussee. Meister Crane, und du musst Po sein. Wir haben von dir gehört. Gott sei Dank seid ihr hier. Oh, es war furchtbar. Diese Krokodile, sie sind überall. Sie versuchen, unsere Eier zu stehlen. Krokodile? Ich bin mehr der Spezialist für Keiler. Meister Crane ist zuständig für Krokodile. Meister Shifu hat gesagt, das ist deine Aufgabe, Po. Alle Achtung, Po. Po, du musst ein erfahrener Kämpfer sein. Also, äh... Aber du hast jahrelanges Training. Also, äh... Okay. Und wie gut bist du im Eierfinden? Eier? Ich? Top! Na ja, dann ist das der Plan. Du gehst zu Fuß. Ich suche oben drüber. Viel Glück. Dann, auf Wiedersehen, Po. Ich treffe dich auf der anderen Seite des Sees. Warte, andere Seite? Was? Okay, wir haben jetzt Ostern. Wir müssen Eier suchen. Lisa spielt wieder. Dann such mal Eier. Ja, gut. Wenn ich sie danach auch noch bemalen darf. Na, das musst du Frau Schildkröte fragen. Gut. Die gute alte Morla. Ich finde meine verbleibenden Sprösslinge, damit ich sie in Sicherheit bringen kann. Okay. Gerne. Sind das eigentlich alles legendäre Abenteuer oder gibt es irgendwie einen Unterschied? Also, weil da stand jetzt bei den letzten Aufgaben immer legendäres Abenteuer. Ja, für Po ist halt alles legendär. Wenn du jetzt nach rechts gegangen wärst, da gab es noch... Noch irgendwas. Aber egal, mach du einfach. Gut, ich äh... Der Controller hat einfach die Macht. Genau. Oh mein Gott. Krokophanten. Das ist aber groß. Mach einen schnellen Angriff und dann einen starken Angriff, um mit einem Gegner zu jonglieren. Jongliere weiter mit dem starken Angriff. Oh, der Stoß. Okay, das haben wir verstanden. Genau. Na, dann jonglieren sie mal. Ähm... Das hat jetzt nicht so mit dem Jonglieren geklappt, aber... Ja, aber Hauptsache, die sind welche, genau. So, genau, schwimmen schnell nach Hause zu deiner Mama. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Dann hüpfe ich einfach mal überall lang. Hopp. Hopp. Das mit dem Wasser sieht doch eigentlich echt ganz hübsch aus. Ähm... Ja, schon. Da habe ich schon hässlich herrere das Wasser gesehen. Da, das nächste kleine. Das ist doch süß. So ist ab. Ab nach Hause ist schon spät. Ich glaube, man muss X und Y drücken, ne? Ups. Aber ich hätte jetzt auch nicht so ganz gewusst, wie das funktionieren soll. Oh. Immer dieses Rumgehüpfe hier. Da bin ich ja auch nicht so der Spezialist für. Ja, ich finde auch, er springt halt. Also man muss irgendwie immer den Doppelsprung benutzen, weil er halt wirklich nur sehr... sehr wenig springt. Genau. Also so. Nicht sehr hoch. So, hier geht's nicht weiter. Dudeldu. Oh nein, was tun die da? Wie gemein. Halt auf sie zu ärgern. Jetzt gibt's... Ups, hä? Oh nein, schnell. Lauf, Lisa. Ja. Nicht lang lesen. Lauf hin. Verschwindet. Die armen kleinen Schildkröten alle. Fässer schmeißen. Dudududum. Tchuuu. Huiiii. Boom. Oh, ist das, was ist das? Eine Kiste? Eine Kiste, ja. Da sind, ja, meistens Münzen drin. Genau. Ha, da will sich nochmal eine anlegen. Das geht ja nun gar nicht. So. Ach ja. Genau. Boing. Ja. Ja, auch dafür sind Schildkröten da. Na, erst muss man sie retten und dann darf man auf den rumspringen. Genau. Das ist doch total nett. Dann muss ich hier immer ein bisschen beeilen, weil alles absinkt. Ist das so? Würde man sonst runtergehen? Genau. Ja, Po ist halt ein bisschen zu schwer. Na was? Na was ist Po? Ja, er ist zu schwer. Ich glaube, das darf man ruhig mal sagen. Nur, nur weil er... Ja, weil er etwas, ähm... Ja, ja. Nun ja, mehr auf den Rippen hat. Gut, geht's hier noch irgendwo? Oh, da geht's noch hoch. Hopp, hopp, hopp. Und hopp. Ja. Du hast eine seltene Münze. Eine seltene Münze. Toll. Ganz toll hast du das gemacht. Ja. Okay, dann... So, ähm, ja, die Laternen sagen mir, glaube ich, wenn sie, äh, an sind, dass ich da schon mal war. So war das, glaube ich. Ne, ich glaube, da warst du... Oder war ich da noch nicht? Ne, da warst du definitiv noch nicht. Aber du musst, glaube ich, zurück. Ja, genau. Also du musst da wieder über die Schildi. Und dann da nach links. Bei dem Fass. Genau, da sogar. Hopp. Das sieht doch gut aus. Geschafft. Da gibt's wieder Futter, aber das brauchen wir ja nicht. Leben haben wir voll. Ja, sie gehen aus. Wie schön. Genau, dann ist jetzt ein... Da ist die vierte Schildkröte. Sehr gut. Das sind allerdings die großen, ja. Genau. Ja, also es war aber halt auch noch so eine Zusatzaufgabe, die wir halt erfüllen müssen, um eine Million Punkte zu kriegen. Eine Million Punkte, na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, das ist ja schon mal geschafft, wenn du jetzt noch alles andere schaffst, dann... So, noch ein Eichen. Schön, fein. Ja, Eier haben wir uns jetzt erst vier von zehn. Bin mal gespannt, wo die alle noch sind. Aber du machst das schon. Top. Ja, ich hoffe. So, dann hier lang. Nee, da. Äh, ach, hier ist die Mutti, ja. Hallo, wir haben noch nichts gefunden, aber... Ja, genau, reicht dir das nicht schon? Ja, kannst du ja mal schon mal abgeben. Ich kann mal sagen, hallo. Ach, zehn, ja, die sind schon ins Wasser gefallen. Äh, da war ich schon. Ich glaube, da so links, auf der anderen Seite waren wir überall noch nicht. Oh, da gibt es ein paar Münzen. So, die Frage, die da noch hinkommen, ne? Ich glaube, da musst du noch mal zurückgehen, weil wir viel ausgelassen haben. Da sind auch noch Münzen. Mann, Mann, Mann. Ah, und da ist auch eine kleine Schildi, da kann ich noch mal raufhüllen. Boing. Und ein Ei. Genau. Ach, nee, ist das süß. Tschüss, komm gut nach Hause. Und verfolge deine Ziele. Und... Ja, Schildkröte schlüpft und springt dann erst mal selbstmordmäßig am Vorrot da. Ups. Ja. Na, du hast gesagt, ich soll die Schildkröten da rausfohlen. Dass die überleben müssen, davon war nicht die Regel. Da geht's wohl weiter, oder? Ja, genau. Da müsst ihr auf jeden Fall noch einen sein. Genau. Eichchen. Und da geht's auch noch weiter. So, dann schnell. Und der fette Po nicht untergeht. Der fett Po. Der fett Po. Boing. Nein. Ach, nee. Kann er denn nicht schwimmen? Mit Jump'n'Runs hab ich's ja auch nicht so. Oh, tap. Boing. Und da hinten seh' ich noch ein Ei. Oh Gott. Oh Gott. Da bist du aber jesusmäßig gerade über das Wasser gelaufen. Der Po, der kann Sachen, da, da wirst du nicht wundern. So. Ja, so als Drachenkrieger, da. Ja, da ist das ja, ne? Da kann man schon mal, Gott, gleiche Sachen. Genau. Ja, ich glaube, da musst du erst mal wieder zurück und dann irgendwie vielleicht da so über die anderen. Top. Ah, nee, das klappt nicht. Okay. Gut. Dann. Äh, genau. Ja, da muss man wohl den langen Weg gehen. Mhm. Ja. Das sieht doch aber gut aus. Ja, geschafft. Oh Gott. Und da rüber. Ah. Ah. Oh Gott. Oh, nee. Nochmal alles von vorne. La la la. Ja, ich hasse das auch. Ich denke mir auch, bei solchen Sachen immer, ja, warum? Genau. Das hat keinen Spaß gemacht. Lasst mich in Ruhe. So. Jetzt bleibe ich hier, für immer. Nein, du gehst jetzt bitte da weiter. Und dann musst du, glaube ich, nochmal zurück auf die andere. Oh Gott. Guck mal, ob da. Ja, da. Sind da noch Lampen? Ne, das sind noch Münzen. Aber eigentlich müsste es da weiter, also irgendwo da müssten noch welche sein. Ja, wir hüpfen einfach mal. Unglücklich durch die Gegend. Ich glaube, da hast du dich nicht gut genug umgeschaut. Ne, das sind gar keine Münzen. Aber da müssen wir auf jeden Fall da links. Genau, da rauf. Da links. Da ein Ei. Und da müssen wir auf jeden Fall da die tausend Dinger noch. Da hinten sehe ich noch was. Hm. Ah. Gut, man braucht bloß acht. Wenn man möchte, kann man aber zehn. Wir können es ja mal versuchen. Vielleicht finden wir noch zwei. Ja, so eins haben wir ja schon mal auf jeden Fall noch gesehen. Nicht da hinten. Ach, top. Tatsache. Frage ist dann nur, wo das letzte Ei ist. Joa, wo waren wir denn noch nicht? Von da sind wir willkommen am... Oder? Genau, aber da kannst du ja trotzdem erstmal wieder hingehen. So, dann über die hübsche Brücke rüber. Achso, ne, da waren wir eben genau. Naja, Orientierung. Ich würde nochmal da ungefähr hingehen. Gehe nochmal geradeaus jetzt. Ich glaube, irgendwo... Ich versuche es jedenfalls. Irgendwo da habe ich, glaube ich, noch was gesehen. Okay. Genau, erstmal geradeaus. Ja, aber sonst läuft es doch gut, ne? Ups. Äh. Hopp, hopp. So, da habe ich die lustigen... Ich glaube, irgendwo da habe ich noch links so eine Schildkröte gesehen. Hm. Hm. Tja. Na, wir springen mal da rechts rüber. Komm, da. Genau, bei den Fässern. Obwohl, nee, da kommen wir ja, glaube ich, zur Mutti nachher. Ja, aber irgendwo da müsste es ja noch... Ja, da hinten sind auf jeden Fall noch Münzen. Aber die Frage ist, wie soll man da hinkommen, weil da ja keine... Ähm. Naja, so Holzdinger und so... Blätter sind. Aber wenn du jetzt nochmal... Geh nochmal zurück. Da links. Dann über die Dinger. Also jetzt über... Also zurückgehen. Von wo du gerade gekommen bist. Dann springen wir mal die Bretter. Und geh da mal so in Richtung links. Da müssen wir irgendwie hin. Da auf diesen Stein. Nee, das sieht gut aus, ne? Da so rum müsste man noch theoretisch irgendwie kommen. Hm. Dann geh nochmal da um den Fels rum. Und dann irgendwie in die Richtung. Ja, also... Ja, genau. Jetzt da so links rum. Boah. Noch mehr links. Noch mehr links. Ganz links. So richtig links. Tja. Ja, dann springen wir da den Weg lang. Hier waren wir ja vorhin auch schon. Gucken. Ja, wenn wir jetzt... Genau, wenn wir jetzt da... Kommt man nicht da zurück. Oh Gott. Das war mir zu gefährlich. Nee, da ist auch irgendwie nichts. Hm. Aber da muss es ja lang... Dann springen wir nochmal da hinten so lang. Da wo die Palmen sind. Aber da kann man ja auch theoretisch... Nicht hin. Hm. Mysteriös. Ja. Aber da muss es doch lang gehen. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Nö. Aber kommt man da nicht lang? Nee, das ist Wasser, ne? Genau, hier ist es nur... Dann nimm mal noch die Münzen einfach jetzt mit. Aber die kommt man denn da hin? Hm. Ja gut, dann ist auch egal. Ja, genau. Wir müssen ja nicht überall 100% schaffen. Hauptsache... Wir haben alles mal gezeigt. Genau. Und hauptsache ein paar kleine Schildkrötenbabys kommen wieder nach Hause. Der Rest muss halt mit dem Bus fahren. Das ist ja auch nur ein Versteckspiel. Die kommen dann ja raus. Genau. Ne, dann sagt die Mutti, ja, fertig gespielt. Kommt alle nach Hause. Ne, und dann... Ähm, da rüber, ne? Genau. Also es bleibt keine Schildkröte zurück. Genau. Nur weil wir sie jetzt nicht fangen. Dann hat nämlich... Eine muss ja auch gewinnen, ne? Beim Verstecken. Ja, eben. Sonst sind wir auch traurig. Hier sind wir auch schon verbunden, aber... Ah, da ist sie doch. Ach, nee. Nee, guck. Haben wir alle gefangen. Ja, nur aber... Hopp, hopp. Dann haben wir gewonnen. Ja, gestimmt. Ich hoffe, wir kriegen auch einen Preis dafür. Ja, wir kriegen jetzt eine Million Münzen. Gucken. Oh ja, Meister Pau. Äh, das solltest du lieber nicht so laut sagen. Das klingt nicht kung-fuig, weißt du? Die GroKo-Königin hat ihren Schlupfwinkel auf dem Marktplatz errichtet. Wir müssen schnell dorthin. Los, spring auf. Gibt es eine Gewichtsbegrenzung? Weil ich habe ein paar Pfunde zugenannt. Keine Sorge, halte einfach die Balance. Na, Schildkröten sind die stärksten. Okay. Dann wissen wir jetzt, wie wir da zu den Münzen kommen. Indem wir einfach die Balance halten. Genau. Okay. Ah, das... Das hast du sehr schön gesagt. Ja, nee, da war der dicke Bauch im Weg, ja. Kann man das überspringen? Ja, das können wir. Wo sie hin? Achso. Voll kratzer. Nein, das darfst du nicht überspringen. Wenn du einer Frau nicht zuhörst, dann... Ja, das sieht doch schon relativ... Ups. Elefanten-mäßig im Porzellan-Geschäft aus. Yeah, geschafft. Rette jetzt meinen Enkel vor der Krokodilkönigin Poe. Das muss aber eine große Familie sein. Na klar, Schildkröten liegen doch bis zu 500 Eier oder so. Naja, ich glaube 600. Nein, keine Ahnung. Aber ganz so viele sind es auf keinen Fall. So, welchen Weg wollen wir denn hier? Also, es sind schon ziemlich viele Eier, weil... Genau, weil die meisten es ja nicht schaffen. Das ist so, glaube ich, ausgelegt, dass ein Drittel höchstens überleben kann. Oh Gott, oh Gott, das ist riesig. Und es schnarcht und... Und... Aber es hat irgendwelche Sachen auf dem Kopf. Ja. Oh, das sieht aber glücklich aus. Ssssss. Komm schon, Kleiner. Ssss. Oh. Hallo. Wer erwartet es, mich zu wecken? Festhalten, Kleiner. Sergeant. Sergeant! Ui. Ich bin leichter als Luft. Nicht für mich. Haltet sie auf. Steuere Crane, um den Angriffen des Krokodilsergeants auszuweichen. Na gut, dann lassen wir das mal versuchen. Okay. Kann man auch hoch und runter, oder? Genau, hoch, runter, rechts, links, im Kreis, im Viereck, im Dreieck, wie du magst. Ach so. Oh. Oh. Der ist ja bösartig. Oh je. Tja. Ja. Ruhig noch tiefer. So, und jetzt kommt er, glaube ich, da nach oben. Oh, nee. Aber jetzt. Oh, ja. Oh, nicht geschafft. Okay. Ja, aber es ist schon... Oh Gott. Ah, okay, gut. Gut, ich glaube, das müssen wir bestimmt gleich nochmal machen. Oh mein Gott. Gut. Ja, sind wir wohl draufgegangen eben. Wir müssen das nochmal machen. Genau. Okay. Ich probiere das jetzt einfach mal. Denn unsere Mäuse versuchen gerade zu fliehen. So, den ersten habe ich überlebt. Und den dritten auch. Sieht also noch ganz gut aus. Oder auch nicht. Ja, also hier so rumfliegen. Ich frage mich zwar auch, wie das funktioniert. Dass Crane den Po tragen kann. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen... So ein bisschen Hummel-mäßig. Ach, wenn du Konfumeister bist, kannst du alles. Okay, aber jetzt versage ich dann doch auch ein bisschen. Weil ich irgendwie nicht abgelenkt war. Okay, so. Ich hoffe, dass es dann jetzt bald mal vorbei ist. Weil so viel Spaß macht es dann auch nicht. Wir sind doof auszureichen. Und das war's. Naja, gut. Es ist ja nur ein Kinderspiel. Dann ist es nicht so schlimm, dass wir das nicht können. Rote A. Oh Gott. Na ja, da muss man, wenn er so hoch macht, muss man... Oh. Ja, ja. So. Und jetzt einfach mal zur anderen Seite schnell. Zur anderen Seite, glaube ich. Oder nein? Okay, oh Gott. Was macht es nur? Oh mein Gott, was redest du denn da? Ich sterbe jetzt wegen dir. Nein. Oh Mann, ich hing doch schon gar nicht so tief. So, jetzt. Hurra. Na gut. Ja, gut. Das ist wunderschön. Jetzt schaffe ich das. Ich habe gerade echt so eine Reaktion wie so eine Schildkröte. So, jetzt kommt er wieder hochgesprungen, ey. Mann, wie kann man eigentlich von jedem Mal getroffen werden? Also ich werde jetzt noch nicht getroffen, wenn er... So, jetzt wird er unten bleiben. Jetzt kommt er bestimmt wieder hoch. Nee, bleibt unten. Jetzt kommt er hoch. Ja, aber nach rechts. Warum wirst du das denn? Er guckt vorhin in die Richtung rüber. Jetzt wieder rüber auf die andere Seite. Oh Gott. Gut, er bleibt unten. Jetzt kommt er hoch, runter, runter. Na. Dann schneide ich alles vor. Auf ein neues. Okay, er kommt auch da. Er bleibt unten. Ja, aber wann macht er denn diesen Dreh? Jetzt hoch, äh, runter, meine ich. Also er kommt hoch und du musst runter. Toll. So, er bleibt unten. Glaube ich. Jetzt rechts, genau. Und jetzt... Er bleibt unten. Ah, er bleibt immer noch unten. Okay, ja. Jetzt dachte ich, er kommt hochgesprungen und dreht sich. Jetzt kommt er rechts. Jetzt nach links rüber. Oh Gott. Oh mein Gott, es war so knapp. Jetzt rüber. Oh Gott. Ich glaube, wir schaffen das. Er bleibt unten. Oh, die Seite hat das nicht mehr. Er kommt hoch, runter, 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 steigen. Man kann gar nicht so schnell ausweichen. So, jetzt reicht es aber auch. Genau. Jetzt... Ich meine, irgendwann kann er auch nicht mehr. Ach, Mann. Oh Gott. Bleiben. Ja, ein Biss noch und das war's. Wo der bleibt unten. Oh Mann. Nervenkitzel pur. Runter. Okay, er bleibt unten. Runter, rüber, irgendwas. Yeah. So, der Zähler wahrscheinlich ist trotzdem gebissen. Nein. Das... Das wäre ungewinn. Nein. Oh, ist das süß. Ja, Meister. Du bist wieder da. Plums. Und mit einem Babysprössling. Danke. Voll mit einem. Ich denke, das ist ihr Neffe. Du bist ein echter Held. Ja. Ich habe geholfen, weißt du? Oh ja, gut geflattert. Aber es ist das Baby eines anderen. Was für ein süßer Kleiner. Und mal wieder die Welt gerettet. Unglaublich, wir sind so gut. Ja, dann machen wir mal ganz kurz Updates. Was wollen wir denn? Panda-Beben. Das können wir auch nochmal aufrüsten. Ja, warum nicht? So, ja, bestätigen. Was könnte man denn noch? Waffengeschickt brauchen wir nicht. Eisenbauch auch nicht, glaube ich. Outfits. Das können wir uns nicht leisten. Dann nehmen wir nochmal bei den grundlegenden Sachen. Das können wir uns auch nicht. Ja, machen wir einfach mal starker Angriff noch. Genau. Vielen Dank.